Und Chong? Was hast du gestern auch so gemacht? Ich hab jetzt Liga gespielt. Echt jetzt? Schau, was du da sagst. Eins krass. Oi, was geht ab Leute? Hong hier. Chong am Start. Er hat uns diese Woche vertreten. Und Alex, der Ex-Praktikant, ist mal wieder aufgetaucht. Letzte Runde der German Yuki Tube League. Endlich. Danach ist es vorbei. Recap und so kommt noch. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Leihende Match von Chong an. Okay, schauen wir uns nochmal das Match an. Das war echt spannend. Aber... Mal sehen, was hast du gespielt? Ich bin der hier. Mein Gegner natürlich immer auf der Start sind. Diese Karte hier. Was hast du gespielt? Das Format ist... Man dürfte nur Level 2 oder niedriger spielen. Hinten, auch ein Sweet-Monster. Also Level 2 und Rang 2 nur. Oh mein Gott. Der Gegner hat immer Zwistergarten. Er sucht natürlich die Richtigen. Hast du noch Chain Destroyer? Ja, Chain Destroyer. Ja, Chain Destroyer. Er hat auch diese Karte gemeldet. Er sagt, er darf sich 2 Wasser-Monster wollen. Krass. Also nur Level 2-Monster auch im Extra-Deck? Ja. Ohne Wüns. Ohne Eins. Okay, ja klar. Dann ging's ab. Okay, die Karte ist echt heftig. Danach hab ich echt krassen Zug ausgebaut. Schau jetzt. Was... Blauer O'Jama. Der sagt, ich hab mit 2 O'Jama auf die Hand holen. Also 2 O'Jama kamen. Wenn er zerstörte doch kann. Okay, mal gucken was O'Jama so kann. Mal gucken was Chong so kann. Okay, jetzt macht er 2-Self. Jetzt gebe ich ihm. 2-Self! Wieso hast du da nicht diese Zauber-Tick abgeworfen anstatt den Gälen? Das check ich nicht. Gell? Da hättest du das Ding zoomen können. Ja, ich wusste die Karte nicht. Aber ich hab ja noch Dings gezogen. Ja, kein Top-Tick hast du das. Das hättest du nicht abwerfen können. Ja, egal. Irgendwann gut. Ein Top-Tick. Oh, richtig. Das heißt, wir werden alle Dings holen. Jetzt hab ich noch diese Roten auf da. Das heißt, knapp so viele Special wie ich will. Special jetzt alle drei. Schau mal her, das Feld war voll. Ich hätte einfach, ob wir diese scheiß Hexe machen sollen. Ob diese Hexe einen Schuss oder ein vastes. Abgeben die. Und du hast weiter durchgezogen, gell? Ich dachte, er stirbt jetzt durch Angriff. Aber ich hab falsch gelesen. Also den Karten kennt man doch mal. Ja, kann nicht durch Kampf zerstört werden. Wieso hast du auf den Hexe gezogen gemacht? Keine Ahnung. Ja, Mann. Ich schwör. Ich dachte, ich greif an. Er stirbt und er fertig aus ist. Auf einmal er so, ich mach Effekt. Ich so, Alter, scheiße. Was macht der denn? Ja, kann ich bouncen oder nicht? Er kann nicht sterben. Doch, Dings. Ja, und wenn er gekämpft hat, dann sind wir gebounced. Ja, warum wird nichts gebounced? Er kann entscheiden. Ah, okay. Er macht den Exit nachher. Ist ja egal. Ist eh schon vorbei. Ja, wieso hat er das Token gebaut? Ah, okay. Jetzt ist eh schon vorbei. Jetzt wird die Plus. Okay, ist jetzt echt nicht mal. Echt verrückter Zugang. Aber echt, Mann. Du hast hier echt die Karte durchgezogen. Was ist los mit dir? Ich hab dich so gelebt. Hey, die haben mich sogar damals im Cosmo gespielt. Ich weiß nicht, wie stehe ich das Deck gebaut hab. Es waren zwei Minuten. Ich so, oh, Jama, warte. Alle rein, alle rein. Ziel, Zauberkarte rein. Das war's. Wieso bereist du auf der German-Youtuber-League-Forderung? Ist das Level 2 oder die Träger? Wer hat die 1? Wer hat die 1? Wer hat die 1? Schau mal, der hatte 2.000 Angriff. Weil die Angriff verdrehen sich doch. Ich so, oh mein Gott. Von Village, gell? Oder was ist das? Ja, warum? Schon die hätte ich machen sollen. Die schießt und dann darf sie die Monsterzone nicht mehr benutzen. Lauter mich. Ja, ich hätte einfach das zu schießen sollen und fertig. Für immer, oder was? Ja, bis sie ja da ist. Wie lange sie jetzt liegt. Okay, echt heftig. So voll ich jetzt so alles. Schon gar kein Bock mehr da ist. Okay, tot. Was hast du noch gezogen? Blauer, glaub ich. Ja, okay. Kann ich schon verstehen, warum wir da ein Ding machen. Jetzt wisst ihr nicht, glaube ich wäre doof. Ich schicke nur auf der Gatschi. Ciao Leben, Leute. Ciao Leben. Gell, warum hast du da nicht schon aufgegeben, Mann? Ja, ich dachte scheiß drauf. Ich spiele ja Regeki. Deswegen dachte ich, okay, mit Regeki geh ich drauf oder irgendwas. Da habe ich auch schon gesagt, okay. Hä, bist du da nicht schon tot? Ja, ich bin tot. Ich glaube, ich konnte noch so diesen blauen holen. Und wenn er angegriffen hätte, hätte ich wieder zwei geholen können. Diese zwei Odama-Karten. Der wäre noch mal so gern, aber er hat ihn nur beschossen. Ja, aber die Hand hättest du so, nicht? Genau, er hat beschossen. Dadurch, dass er schießt, bin ich tot gewesen. Ich habe jetzt diese Scheiße nachgezogen. Tot. Okay, was war das für ein Zug, Mann? Ja, gib dich auch. Bist du reingerannt? Ja, ist doch egal, scheiß drauf. Du solltest. Ist Endfest gut? Ach, darfst du auch? Ist Endfest? Kannst du Tau nicht noch mal machen. Naja. Naja. Und Rivalry habe ich auch noch gespielt, weil der noch ungeheuer spielt. Er spielt ja so auch ein Teil. Und im Side irgendwas? Ja, das habe ich in der Side gespielt. Wieso nicht im Main? Im Main habe ich das gespielt, doch nicht im Main. Stryker, wie ich im Main gespielt habe. Aber ich wusste ja nicht, was er spielt. Schau mal, Rivalry wäre ja tot gewesen. Schau mal, meine Hand war eigentlich nicht schlecht. Ich hab die Brüder und Jama 1 geklaut. Vielleicht hat er, glaube ich, Rorning und irgendwas verdeckt. Weiß ich gar nicht genau. Er hatte natürlich wieder die Meisterkarte. Dann war er vorbei. Twister und Jama. Wie kann man immer Twister haben? Ja, aber das war auch echt schlecht gespielt, Mann. Dann hat er immer noch genau perfekt die Karte. Wahrscheinlich kommt sonst noch ein Monster Monster. Ja, warum hast du nicht noch eine gesettet? Für was denn? Einfach Strike einmal setten, fällt nicht. Ja, trotzdem geschossen. Ja, du. Ja und, aber da hättest du noch was für den nächsten Wund irgendwie zusammengehören. Auf die Seite. Nein, tot. Der zuerst Exit Monster raus hat, ist tot. Der hat gewonnen. Ich ließ nur so, alter Mann, immer Twister. Der Gegner hat mal gecheatet. Der hat irgendwas mit Max ausgehört. Kenn ich nicht mal. Da habe ich aufgegeben. Okay. Das war's. Ich habe leider verloren. Tut mir leid. Ich bin echt enttäuscht, Mann. Ich bin ehrlich, Mann. Ja, ich glaube auch. Aber mein Gott. Ja, egal. Twister hat mich rasiert. Ich habe leider verloren, Leute. Sag doch nicht am Anfang. Okay, warte. Alles raus. Was geht ab, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liked das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir bedankbar. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen. Das wäre echt super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereich und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut täglich auf unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr täglich neue News. Zum Beispiel vielleicht von Terminen für neue Turniere. Oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten, bis dann. Vergiss dich immer. New Rio Series Business.